Vielen herzlichen Dank, lieber Nikolai, für die Moderation und auch an die Teilnehmer der Podiumsdiskussion jetzt im zweiten Themenbereich. Ich bedanke mich auch herzlich an Sie alle, dass Sie heute da waren, mit uns im Dialog waren. Das ist Aufgabe und Auftakt des Wirtschaftsbeirates. Es war jetzt ein etwas längerer Nachmittag, aber wie es oft so ist bei komplexen Themen, es lässt sich halt nicht alles in einer Stunde abhandeln. Wir haben heute zwei Begriffe ziemlich intensiv diskutiert. Der erste Begriff war der Begriff des Ökosystems und der zweite Begriff der DNA. Beides Begriffe aus der Biologie, aus der Evolutionsbiologie. Und ich denke, das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn wir uns an einem Biotop befinden. Die Beteiligten in einem Biotop sollten miteinander im Dialog sein, sollten miteinander kommunizieren. Deswegen gehen wir jetzt nach draußen, da schnappen wir uns was zu essen und zu trinken und dann hoffentlich kommunizieren wir ganz analog von Person zu Person miteinander und lassen vielleicht das, was wir heute gehört haben, noch mal ein bisschen zum Debüt passieren und blicken es weiter. Unser Ziel als junger Wirtschaftsbeirat ist es, das, was wir heute begonnen haben, auch weiterzuführen. Wir werden die Punkte, die heute diskutiert wurden, aufgreifen, werden die auch direkt an die politischen Entscheidungsträger heranbringen, werden aber auch die Wirtschaft, die Wissenschaft und auch die jungen Unternehmen nicht aus der Verantwortung lassen und versuchen, hier eine Dynamik zu erzeugen, damit wir auch in Zukunft den Standort Bayern in der Champions League halten. Das war die Ausgangsfrage, die Edmund Scheuber diskutiert hat. Ich freue mich jetzt auf einigen Gesprächen. Vielen Dank, dass Sie da waren.